In Amerika gab es, und gibt es wahrscheinlich heute auch noch, gab es Kontaktler. Und im Mitte der 80er Jahre, nach Mittagsnachrichten, wurde gesagt, in Amerika ist ein Gesetz rausgegeben, der noch einmal behauptet, er hätte Kontakt mit Außerirdischen. Der wird sofort wie ein Krimineller behandelt. Kontakt mit Außerirdischen. Der wird sofort wie ein Krimineller behandelt. 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 Ich sehe, in Südamerika haben Sie auch Kontakt lassen. Die Krimineller behandelt. Die Krimineller behandelt. Der wird sofort wie ein Krimineller behandelt. Vielen Dank.